Liebe Freunde, hier spricht Bert Hellinger. Ich bin wieder da. Und ich freue mich, euch bald wiederzusehen, um mit euch neue Abenteuer zu erleben. Die nächste Gelegenheit ist das Camp in Bad Reichenhall. Ich bin dort zusammen mit Sophie, meiner Frau. Und wir arbeiten zusammen und wir zeigen uns zusammen. Sophie führt in mancherlei Weise und ich ergänze und folge ihr. Ich freue mich darauf. Sehen wir uns bald. Euer Bert Hellinger zusammen mit Sophie.